Oh, das ist Ruinen, Südorsten. Äh, na, gucke doch mal einer an. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Sehr gut. Anormale Kugel erhalten. Was ist denn die anormale Kugel? Oh, hoppala. Anormale Kugel. Künstliche Segenkugel, die im Besitz von Helion seine seltsame Verhandlungen hat. Okay. Steigert die maximale Kp. Wechsel ich drücken von LB oder RB zwischen folgenden Kategorien, Neuver, Blablabla. Ja, aber das ist ja... Reicht das, wenn ich die dabei habe? Ich glaube nicht, oder? Okay. So. 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 herr ist gut ich hier sind auch 08 15 von daher gehen auch glaube ich wenn ich es gesehen kaum xp lohnt also nicht unbedingt jetzt gegen zu kämpfen was haben wir denn hier da haben wir noch eine zeit christ die wird natürlich noch mal schnell mit abgegeben hier jetzt aber ich schon hier sucht oder nicht und dinges neues selber ihres stein ja 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 hmm ja 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 Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Sie sind schon unterhalten, was der Herr Dalf hat sich in der Gesellschaft zu verlieren. Was ist es für einen Kindersfall zu erraten? Sie haben nicht mehr mit den Patienten gesehen. Sie hat sie mit der Welt einen Krieg und Sie haben ihn geplant. Sie sind das zu ermutigen, was er zu erschaffen? Das ist eine Nachricht. Sie haben ihn bereits schon. Sie sind alle geholfen, Herr Dalf. sieben und ich stehe kürzlichst du hast links und ein paar da aus so ist das funktioniert nicht schlecht so und rechts und dann kommen wir ich kenne mich schon alte schwelle ist das wie gerade auch nicht losgestürmt einiger das war das war die mädchen da Ah, dann gucken wir mal, da haben wir noch so einen Questmark an Samarland-Harshings. Ja, genau. Jetzt ist es auch ein Schmuck, aber ich weiß nicht, dass ich es nicht so sagen kann. Es ist nur eine Wahrheit. Ich weiß nicht, dass ich es nicht mehr so weiß. Oh no Danke Einmal um die Zutakepierung gelaufen Ah ja, hier war das mit den Eichhörnchen Okay Hätte ja sein können Dann buddelt sich einfach mal ein Dachs aus Alicia Oh Ich habe das erste Mal gesprochen, Alisha-Hime. Ich bin nicht mit Alisha. Rose hat mir geholfen. Wie ist es? Alles klar, es ist nicht so schlecht. Ich glaube, es ist auch ein Verlust von Slay. Aber es ist sicherlich, dass die Röse ist. Ich habe mich sehr geholfen. Ich glaube, es ist ein Verlust von Slay. Was? Ich weiß nicht, ob ich das nicht weiß, aber ich habe das letzte Mal gesehen, dass ein Rekke-Pirow-Konch in der Rekke-Pirow-Konch. Ich weiß nicht, ob ich es nicht wissen, aber ich weiß nicht, dass ich es nicht wissen, aber ich weiß nicht, dass ich es in Ordnung. Ich habe das Mal-Toran-Sensei gelegt. Mal-Toran-Sensei? Ich weiß nicht, dass ich die Verabschiedung habe. Oh. Ja. Ich bin schon noch ein. Ich bin schon wieder. Ich bin schon wieder. Der Jungs, der ist auch so wichtig. Ich habe gesagt, dass du mit dem Weg hast. Du bist dankbar. Ah, okay. Es ist okay, dass du auch meinen Maltlan zu helfen kannst. Ich glaube, dass du es noch nicht mehr tun kannst. Reise ich dir nicht? Das war's für mich. Das war's für mich. Ja, ne? Oh, das ist mir dann das. Ich bin einfach nichtühl, dass ich, wenn du, dass ich mich nicht so gut und frisch. Das ist ein Geheimnis, oder? Ich bin so, dass du dich schmerzt, seitdem ich die chance degenönt. Na genau? Na genau wie du dich in der Zeit hast, oder? Das ist eine Art, die du mit Drill-Zill-Säge wirst. Das ist das so, was ich jetzt so. Ich bin so, wie du dich in dieser Zeit hast. Wenn du dich nicht entholtest, hast du mich nicht zu schmerzen. Das ist ja, das ist das, was du. Ich bin so, wie ich es zu tun. Ich bin so, wie du mit Drill-Zill-Säge ist. Er ist dafür, dass du dich zu schmerzen. Das ist das, was du. Du bist du. Ich glaube, da weißt du ja was. Hey, als ich mit Alisha verabschiedet habe, hat alle so ein Gefühl, wie war das? Ich habe es nicht mehr als ein Zuckkomm-Zucker gemacht. Hä? Hast du Laira nicht gehört? Wer? Wer? Rute-san. Mh. Äh, 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 äh. Ah, diese blöden Vögel. Nein, ich bin von A nach B gelaufen im Vögel hinterher und dann noch nichts da. Aber ich hatte den Spruchgut, kann niemand raus in den Spiegel reißen? Der war nicht schlecht. Ich habe gerade das Bedürfnis, um die Tour ist wieder zu. Gerade das Bedürfnis, mich mal in dem Wolf zu probieren. Ah. Ah. eigentlich hätte ich damit rechnen müssen nicht ganz ehrlich die truhe hatte ich ja schon mal aufgemacht eigentlich damit rechnen müssen so eigentlich müsste ich jetzt noch ein bisschen sehr sehr gute gibt es eigentlich wieder eine markierung geht zu den ruinen ich warte mal dass es die da oben sein sollen die blumen da hinten sind noch ein bisschen ich will mal gucken ob ich jetzt den köter in der mitte schaffe das würde mich mal interessieren noch ich will mal gucken Vielen Dank.